Hallo und herzlich willkommen zurück hier bei SNS Creed Unity ehrlich gesagt ich muss euch was bestehen ich habe sehr stark vorproduziert und eigentlich habe ich schon das Spiel ähm wie soll ich das elegant sagen durchgespielt ich habe es natürlich aufgenommen aber in diesem Zeitpunkt werden wir etwas später kommen und jetzt müssen sie in diesem komischen Typ töten meine Fresse liegen nicht zurück ich habe das Spiel durchgespielt und glaube um mich alle noch immer hier rum geht doch Oh alter Geh weg, Geh weg Ja dann lass wir ihm doch vorbeikommen bei uns hier Komm doch wir warten auf dich Geht einfach durch ein Mensch durch, ja klar Ähm ja ist nichts passiert alles gut alles Ja, fein Meine Katze, das sieht aus Ähm ja So, wie sollen wir jetzt da durchkommen Da oben geht's nicht Ich hasse diese Absperrungen Eigentlich ist er doch ein, dass er sieben, da muss ich neben seinen Superdricks da hochkommen Der klettert hier wie Spider-Man Da Nein Doch Nein, schade Und klettert Spider-Man Los Ja Na gut Na gut Ich bin nicht so gut in Kraft, vielleicht dadurch Er geht doch auf der Treppe Leiter Treppe Ähm ja Hallo ist hier jemand Ich komme zu Besuch, dann kommt zu Besuch Klötzchen Klötzchen Alter Schmeiß ihn nimmt ihn aus dem Fenster raus Boah, Katze, was ist Mann Boah Boah Nein Na, zwei Bomben gleich seitdem Logisch Nein, ich muss bestehen Schwere Wachen ist nicht meins Heilig Scherz, ich muss die Katze rauslassen Mann, Mann, Mann Ich bin selber Türen nicht öffnen Was ist denn Schreck Was ist denn Schreck So, simile wie diese Türen von meiner Katzei, die muss raus Aus meinem Raum Der ist so schrecklich Alter, komm Nee Ich bin enttäuscht Ich bin enttäuscht Ich bin enttäuscht Was machen da So raus Na Das ist offenes Fenster Und da unten sind wieder diese Typen Wieso machen sie nicht Ich hab' ich hab' ich hab' sie mir frecknet Na Es nützt nichts Es nützt wirklich nix Da vielleicht Yes Ich hab's geschafft Ohne Hilfe Geht doch So macht ein echter Meister Das ist sie Na Wenn auch mal diese Eisenrüstung Na toll Und da geht's auch hoch, Herr Toll Alter Hallo ist hier Ganz leer hier Alter Die einer ist hier Oh mein Gott Ja nicht einer Zwei, drei, vier, fünf Deutlich mehr als fünf Sechs Gemäß Ne Sieben Ja gut Äh ja Da steht er da vorne und Ich hier durchkommen tue ich nicht Ne Aus wenn ich sterbe Ich bin tot Und Ich bin nicht tot Ja Nützt nix Was ist denn? Liebt ihr die Freiheit nicht? Mein Flugzeug Fliegt Leiser Ich hoffe man höre das nicht Mein Fenster ist offen auf die Karte Wolle Füße vorbei Alter Alter Hier nehmen wir nicht noch Ohne kommen Nicht dünner Mensch Nein Alter Kletterkletter Alter komm Na Alter 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 Was war das? Wer redet was das ist? Schreibt in die Kommentare Wenn man das hört Dies Geräusch Wer weiß was das ist? Schreibt in die Kommentare So Und bald wird vielleicht auch ein Play von Assassin's Creed Dead Kings kommen Weil ich habe das andere als den Screech schon wirklich durchgespielt Also dieses Da werde ich dies Dead Kings spielen Dann vielleicht auch Wie ist der nochmal? Alter Rogue Rogue auf Französisch Rot Rouge Ne Ja oder ich werde Blackflex spielen Mein absoluter Bestseller Mann Kletter Und ich werde über was anderes machen Ich werde Kolob Dünch weiterzeugen und Frustes Sollte nichts verstehen Toll, ne? Mh Übrigens Sie ist Dead Kings kostenlos Also Wenn man es uns geht in die Art Hatten und Tomaten die State Kings Dienster Ja Was könnte ich noch machen? Ach toll Ja Kann ich sie abfackeln Logisch Steinbrennend Oh wenn der Holz ist Holzspend nicht so schnell Mann Logisch Das ist einfach Logisch Mann Ah 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 Nun Ah 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 auch den Rest von ihm nicht aber geht doch ja stirbt die Kleine als die Verkunft der Buch unterfällt ja logisch wenn ihr Befehl habt uns aus diesen Hallen zu entfernen dann müssen wir auf Gewalt anwenden denn wir beugen uns niemandem außer Bayonetten Applaus von mir verdient aber verwalten bedeutet regieren und regieren bedeutet herrschen das ist der Kern unseres Problems Monsieur Mirabo Baum 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 Erdarmlich oder verdient Frankreich nichts besseres wie war das verledigtes im Buch Rui mach dir das schnell ich sag dir doch ich bring ihn zum Reden doch nicht das Schwumpf Pop sehr gut gemacht der Preis für Getreide ist höher als je Großmeister die werden wir sicherlich auch töten müssen wie noch freiwillig gemelden sich und sie aus durch Hunger und Gewalt werden sie ihre falschen Herren als solche erkennen aber sein was ihr Vorschlag dauert mindestens ein Jahr Großmeister wenn nicht zwei ich glaube jetzt müsste ich abholen und feucht von den beiden erschossen wurden mit 6.8 sie haben wieder in der Achso müde noch nicht darauf steht springen haben und springen okay ganz langsam runterklettern wie du willst mann mann das nicht das ist mann Menschen gut was habe ich bekommen und nicht sehen die Sequenz 8 und viel gibt es nur 13 12 12 60 das ist sehr gut gelaufen ist man ich habe jetzt keiner muss ich bin ich jetzt töten soll die er am worden soll das Leben entnehmen ich kann nicht noch müfflicher sagen in seinem Atem ich bin glaube ich bin auch nicht so gut in dem Atem stehen er passt doch so wie ich bin nicht arm ich bin aber mit 1000 tausend und der zum wohl ins Herz ja fast gleich also diese schädliche über die schießen aber geht doch ich bin ein Mensch nach so ich verstecken um Abschied zu nehmen weil ich gesagt weiß weiß ich nicht wo ich hier um der Tschüss sagen soll am Ende der Folge das Jahr so eine Frage um um ein Gott wieder kältet so richtig bleibt tot mein Film ist runtergefallen okay dies im Arsch ich hab mich bei Maus gesehen ich hab mich bei Maus gesehen von Musili Videos das war's hat euch das gefallen lasst einen Daumen hoch hat es euch nicht gefallen lasst einen Daumen hoch oder abonniert Tschüss Doch ich war Musini.